Ich bin bereits seit 1980 in der Stadtwerke Jena-Gruppe beschäftigt. Ich arbeite hier als Teamleiterin Lagerlogistik für den Jena-Nahverkehr. Ich arbeite seit 21 Jahren bei den Stadtwerken Jena-Netze und bin tätig als Arbeitssteurer für die Bereiche Gas und Wasser. Ich arbeite seit 1988 bei den Jena-Bedern, bin Bereichsleiterin im Badbetrieb, Ausbilderin und für die Sauna zuständig. An meiner Arbeit schätze ich am meisten die Vielseitigkeit, den technischen Hintergrund und die gute Zusammenarbeit mit den Werkstätten. Durch die ständigen Regulierungen von außen ergeben sich immer neue Herausforderungen, denen ich mich gerne stelle. An meiner Arbeit besonders gefällt mir die Vielfältigkeit, zum Beispiel auch gerade die Mitarbeit in dem Projekt, den Neubau der Schwimmhalle in Lohreda. Mein Arbeitgeber ist für mich attraktiv, weil ich mich hier die ganzen Jahre stets weiterentwickeln konnte, es gute Sozialleistung gibt und ein familiäres Arbeitsklima herrscht. Besonders gut gefällt mir bei den Stadtwerken Jena-Netze die 38-Stunden-Woche, die Arbeitszeit variabel zu gestalten und ein Jobrad zu leasen. Besonders attraktiv sind für mich die flexiblen Arbeitszeiten und Teil eines tollen Teams zu sein. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.